Wie weit das nochmal genau und so? Ich hab auch keine Ahnung. Das war so gut! Das war so gut! Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Raft im Final Chapter. Meine lieben Freunde, wir sind an einer Insel angekommen, offscreen, die wir schon mal besucht haben. Das ist die Insel, wo auch das Lama durch die Gegend gehuscht ist, was wir eigentlich ja noch fangen wollten. Und auf dieser Insel haben wir jetzt auch schon ein bisschen gefarmt. Ich hab jetzt mal Bären hab ich gesammelt, ich habe Rohstoffe zum Essen gesammelt. Ich hab vor allem auch ganz viel von diesem Zeug gesammelt, hier von diesem Seetang. Da hab ich jetzt auch schon wieder was eingeschmolzen. Wir haben auch schon einen Kugelfisch wieder getötet und so. Weil wir müssen ja noch ganz viel herstellen im Sinne von Tauchflossen. Ich hab auch schon einmal Tauchflossen wieder neu gemacht. Ja, aber auch Tauchflaschen wären vielleicht auch nicht schlecht. Da hab ich übrigens noch eine gefunden in einer Kiste hier. Da war tatsächlich noch eine drin. Wir haben auch schon mit dem Metalldetektor hier, haben wir schon mal ein bisschen rumgesucht. In Bezug auf Titan haben wir auch welches gefunden. Ja, das dient jetzt alles so ein bisschen dazu, dass wir uns auf diesen krassen Boss-Fight vorbereiten, der da ja noch ansteht gegen den Hammerhai. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns raft in dem Final Chapter reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die ist immer am Anfang des Videos. Rechts unter der Ecke verlinkt oder am Ende. Und ihr könnt gerne die Kommentare benutzen, um mir mitzuteilen, wie cool ihr das hier alles findet. Ich hab jetzt auch mal ein Bett gemacht. Denn ihr habt mir nämlich gesagt, damit kann ich die Nacht überspringen. Ich probiere das jetzt gerade mal. Ich merke ehrlich gesagt jetzt davon nicht so wirklich was, dass wir die Nacht übersprungen haben. Aber okay. Ich hab auch mal den Hai ein bisschen getötet und hab mich davon jetzt überwiegend ernährt, damit wir uns das gute Material dann aufheben, wenn wir mal wieder mehr Rezepte herstellen können und so. Das ist jetzt so ein bisschen der Plan. So, es wird wieder gerade ein bisschen rauer, die See. Ich geh jetzt mal rüber. Ich hab den Netzwerfer jetzt nochmal am Start. Und zweimal Munition für den Netzwerfer gemacht. Ich würde gerne das Lama jetzt tatsächlich nochmal bekommen wollen. Da ist der Hai. Da kommt. Warte, ich muss ihn sehen. Geh runter. Sonst kann ich ihn doch nicht abwehren, Mensch. Genau, den müssen wir dann... Wie machen wir denn das eigentlich, wenn wir dann das Lama haben? Oh, Alter Schwede, da wolltest du mich wohl hier ein bisschen überraschen, was hast du dir so gedacht? Ah, jetzt geht die Sonne auf. Okay, sehr schön. Ich glaube, das ist für alle Beteiligten ein bisschen schöner, wenn ich einfach immer die Nacht überspringe. Und anscheinend verbrauche ich da auch kein Essen und kein Trinken dabei. Ich wusste auch gar nicht mehr, dass das geht tatsächlich, dass man die Nacht überspringen konnte. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich das nie gemacht habe. Ich wusste das irgendwie einfach nicht. Oder ihr habt es mir vielleicht mal... Vielleicht habt ihr es mir mal irgendwann gesagt. So, hier muss ich nochmal aufpassen. Beim letzten Mal, also Offscreen, wo ich hier Offscreen war, war hier ein Vogel unterwegs, den ich schon getötet hatte. Wir müssen mal schauen, ob der jetzt nochmal wiederkommt oder ob der jetzt weg ist wieder oder nach wie vor weg ist. Ich weiß es nicht. Sind denn hier die Pilze noch am Start? Ja, die sind auch weg. Okay. So, hier müssen wir jetzt gleich auch aufpassen. Hier auf der anderen Seite sind nämlich Schweine unterwegs. Neben dem Lama gibt es hier auch Schweine. Und da müssen wir echt draufpassen, dass die uns hier jetzt nicht rammen und so. Nicht wahr, weil die Schweine waren auch schon ganz schön nervig. Ich sehe aber gerade... Ah doch, da hinten ist eins. Okay. Jetzt muss ich erst mal das Lama aufspüren, wo das jetzt wieder hin ist. Weil das Lama gibt ja Wolle und... Ja, Wolle, genau. Und Wolle brauchen wir ja, um diese geilen Klamotten herzustellen, die uns schützen. Also die mehr Panzerung geben und so. Da müssen wir mal gucken. Wo ist das Lama? Wo ist das Lama? Warte mal, da drüben ist noch ein Mango-Baum. Ich habe mir auch neues Werkzeug mal hergestellt und so, nicht wahr? Damit wir hier effizient farmen können. Weil wir brauchen ja Zeug. Also wir brauchen für die ganzen Cocktails und Gerichte und sowas, braucht man ja Material auch. Hier oben waren auch Bären gewesen, also rote Bären. Die habe ich auch schon mal aufgesammelt. Ah, da ist das Lama. Okay, warte. Gib mir den Werfer und lade den Werfer. So jetzt, wie diese abgebrochene Nadel, äh, Nadel, sage ich schon. Gabel. Fast, ja. War fast richtig. Kann man irgendwie über Kimme und Korn schießen? Ne, kann man nicht, warte mal. Ich muss mal erstmal ein Gefühl dafür kriegen, wie das nochmal genau... Wie weit das nochmal genau und so. Ich habe auch keine Ahnung. Das war so gut. Das war so gut. Das war so mega gut war das. Das war so episch. So episch. Habt ihr das gesehen, wie episch das war? Habt ihr gesehen, wie mega episch das war? Es war so gut und episch. Es war so gut, dass ich jetzt nicht mehr aufhören kann, davon zu sprechen, wie gut das gewesen ist. Es war einfach nur phänomenal gut. Gott, Gamer. Wie er das arme Lama nimmt. Ich muss erst mal gucken, wie komme ich denn jetzt hier nochmal runter? Warte mal, wo bin ich hier nochmal hochgegangen? Hier drüben, oder? Ja, hier. Wir haben das Lama. Wir haben es. Oh, da hinten können wir, glaube ich, sogar nochmal tauchen gehen. Da sieht es aus, als wäre da noch ein bisschen Seetang. Wir müssen wirklich diesen verdammten Seetang mitnehmen, ey. Das gibt nichts Wichtigeres. Außer vielleicht noch, ähm, ja gut, es gibt noch die, den Lehm auch. Da haben wir auch einiges genommen. Warte mal, wo bin ich jetzt hingefallen? Ist hier, okay, hier, hier ist die Dings. Genau, äh, der Lehm ist auch noch sehr wichtig, auf jeden Fall. Den müssen wir auch aufsammeln, ganz reichlich und, äh, intensiv. Weil der macht, da macht man ja die Heilsalbe mit und auch die Behälter, wo das Essen dann reinkommt und so. Also das ist auch wichtig. So, jetzt müssen wir aufpassen wegen dem blöden Hai. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn der Hai mich beißt, wenn ich das Lama trage. Ich denke mir nur so, warum muss er gefühlt hundertmal sagen, das war so gut. Ja, weil ich das halt sage, weil es halt so ist. Weil man muss Wahrheiten auch mal einfach mehrfach erwähnen. Denn, das ist wichtig, dass man die Wahrheit sagt. Deswegen sage ich jetzt ganz oft die Wahrheit, indem ich sage, wie gut das war. Oh, schaffe ich das? Ja, er sieht mich auf jeden Fall gerade nicht. War auf jeden Fall ein sehr gutes Timing jetzt. Aus, jawohl. Ich hab's geschafft. So, geil. Warte, schmeiß mal das Lama hier rein. Yes! Wir haben wieder ein Lama. Nice. Und ich kann's gleich scheren. Warte gleich mal machen, bevor, bevor wieder irgendeine Welle kommt oder so. Ja, und dann kennt man das ja. Dann ist es dann plötzlich wieder weg. Das hatten wir ja auch schon mal gehabt. Äh, Welle kommt. Welle kommt und Lama weg. Man kennt das Problem. Hab ich jetzt die Schere? Ja, ich hab sie hier. Und die, warte mal, die Melone kann ich hier gleich mal noch reinpacken. Und die Mango eigentlich auch. So, gib mir mal Schere und dann scher mal das Arme hier. Haha! Hä, da hinten ist noch Fell am Popo. Dreh mir mal dein Popo zu. Achso, das darf ich nicht. Okay. Da darf ich das Lama nicht scheren. Und wo ist jetzt... Ah, hier ist das Fell. Genau. Hatten wir nicht sogar noch einmal Fell? Guck mal, Leder haben wir ja sogar elfmal. Wo war denn das Lama-Fell? Hier ist das Lama-Fell. So, jetzt kann man da doch Klamotten draus machen. Guck mal, hier so ein Helm und sowas. Aus zweimal Leder. Und das... Äh, Quatsch. Viermal Leder und zweimal Wolle kann man... ...nen Helm machen. Eine Lederweste. Braucht man achtmal Leder und zweimal Wolle. Okay, dann scheren wir das Lama noch zweimal. Und dann können wir uns eine Weste machen. Denn ich glaube nämlich, dann kriege ich weniger Schaden, wenn der Boss mich anbämst. Und ich glaube, das könnte wichtig sein, ja? So, jetzt muss ich schon mal direkt wieder trinken hier. Trink mal hier ordentlich was. Und isst mal noch was, Junge. Achso, ich kann schon wieder nichts essen. Schon wieder alles weg. Okay, warte, dann vernichte ich den Hai nochmal schnell. Rein ins Wasser. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da hinten ist er. Los, komm her. Ich muss dein Fleisch auf den Grill packen. Tu es, tu es. Ja, los, 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 los. Er hat auch schon wieder hier Verletzungen am Start. Nice. Immer schön auch nochmal reinpiksen. Jawohl. Guck mal, der hat es gleich. Immer schön nochmal nachtreten dann, wenn er schon am Boden ist. Ganz wichtig. Immer schön hier nochmal nachpiksen. Los, stirb. Stirb einfach. Yes. Nice. Je schneller das geht, desto weniger von meiner Hungerleiste geht nämlich nach unten. Ganz wichtig hier. So, genau. Dann haben wir jetzt auch erstmal wieder ein bisschen Ruhe unter Wasser. Dann können wir nochmal auf der anderen Seite dann auch nochmal nachgucken, ob wir da vielleicht nochmal was finden. Hier nochmal ein bisschen Zeug und so. Ist auf jeden Fall wichtig. So, warte mal, dann mach gleich hier nochmal. Den Spaß hier rein. Können wir da nochmal Planken hin machen? Haben wir noch, haben wir noch Planken irgendwie zufällig? Warte. Dass wir das hier am Laufen halten, dem Prozess. Den einen Stack von diesem Seetang würde ich auf jeden Fall noch zu Glibber machen. Weil dann können wir uns nämlich nicht nur noch ein paar Flossen machen. Dann können wir uns nämlich nochmal ein paar Tauchflaschen auch gleich noch machen. Weil, wie gesagt, wir müssen diesen blöden Bossfeind quasi dreimal machen, hat einer geschrieben irgendwie. Wir müssen das irgendwie dreimal machen. Und, äh, ja, ey, nee. Ich mein, das erste Mal war schon anstrengend, ja. Und ohne Flossen und Tauchflasche doppelt, dreifach. Doppelt und dreifach anstrengend. Und da sag ich ganz ehrlich, da müssen wir mit ordentlich Vorbereitung und Equip reingehen, ja. Und nicht mit irgendwelchen hier Billo-Geschichten. Mein Lama ist wieder da, nice. Ich habe wieder ein Lama. Ein Königreich für ein Lama. Gib mir mal die Eier hier noch. Wir brauchen Eier. Jawoll, nice. Können wir nicht auch... Konnte man die Eier nicht eigentlich auch irgendwie essen? Also, ohne dass man die noch extra zubereiten muss oder so? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Auf jeden Fall, Omelettes können wir ja noch mal machen eigentlich. Kartoffeln haben wir ja an sich noch. Nicht schlecht. Und der Stefan hat direkt auf Stufe 1 abonniert. Elf Monate schon. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Du kannst deinen Mangobaum fällen. Ja, stimmt. Lass das gleich mal machen. Da muss ich schon aufpassen, sich nicht aus Versehen das Klo fälle. Jawoll. Komm schon. Ich überlege ehrlich gesagt gerade, ob es vielleicht schlau wäre, einen Kokosnussbaum anzupflanzen. Also eine Kokospalme. Da braucht man ja schon eine Kokosnuss, schätze ich mal, oder? Kokosnüsse sind ja die Samen für eine Kokospalme, schätze ich mal, oder? Ne, scheinbar nicht. Wie sieht denn eine Kokossamen aus? Warum kann ich jetzt nicht mehr, jetzt würde ich gerade sagen, jetzt kann ich nicht mehr darauf zugreifen hier. Wie sieht denn der Samen von der Kokosnuss aus? Warte mal, warte mal. Hier ist ein Mangosamen. Nein, nicht das Ding. Mangosamen. Wie sieht denn Kokossamen aus? Ah, hier. Palmsamen. Okay, ja gut. Lass mal Palme einpflanzen, weil ich glaube, Mango kriegen wir häufiger als Kokosnüsse tatsächlich. So, warte, noch Wasser drauf. Genau. Immer schön Wasser drauf machen. Alles klar, haben wir geklärt. Ist nice. Ist geil. Hier, warte, pack das da rein noch. So, hier, dann nehmen wir das noch. So, und jetzt trinken nochmal. Schön hochtrinken, volltrinken. Einmal volltrinken. Ah, Fleisch ist fertig. Sehr gut. Hier, warte, da waren noch Reste. Reste von gestern. So, schön rauf damit. Planke rein. Und dann hier das Zeug noch wegnehmen. Dann den Glibber hier rein. Dann den hier unten wieder hin. Und dann das da hin. Schon da wöhn, meine lieben Freunde. Schon da wöhn. Guckt euch das doch an. Und dann schiebt das da hin. So, jetzt muss ich überlegen. Den Vogelkopf können wir mal hier irgendwie wegpacken. Hier und den Haikopf auch. Muss ja nicht unbedingt immer alles im Inventar rumtingeltangeln. Nicht mal. So, hier. Das kann auch mal weg hier alles. Genau. So, jetzt können wir uns mal was zu essen noch reindrücken. Den, den Scanner brauche ich auch nicht mehr. Wir haben nämlich schon gescannt. Haben wir alles schon gefunden. Ist der Hai schon wieder da? Der tippst doch nicht, ey. Wie schnell kommt der bitte wieder, ey. Ich habe, glaube ich. Ich hatte gerade eine Flosse gesehen, meine ich. Aus dem Augenwinkel. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, da ist er wieder, ey. Krass. Was ist hier bitte los? Gerade eben erst hier. Ich meine gut, ich will mich nicht beschweren, ne. Ich will mich nicht beschweren. Kriege ich wieder kostenloses Fleisch. So, ich gehe jetzt nochmal rein ins Wasser. Und wir gehen jetzt nochmal auf die andere Seite. Jetzt stürmt es gerade richtig schön. Kommt der Hai? Ich sehe ihn nicht. Wir gehen jetzt nochmal auf die andere Seite. Und gucken mal, ob wir da jetzt noch Seetang und so finden. Da war nämlich noch Zeug im Wasser. Da gucken wir jetzt nochmal rüber. Da habe ich von weitem habe ich da noch Ranken gesehen und so. Jetzt ist es gerade wieder Nacht und ich habe vergessen, die Nacht zu überspringen. Hervorragend. Egal. Wir machen das jetzt ohne, dass wir die Nacht überspringen. Schauen wir mal. Vielleicht auch gleich noch ein bisschen ein paar Kokospalmen noch töten. Hier sind ja noch welche. Was habe ich denn da jetzt in der Hand? Achso, den Spaten. Das wollte ich gar nicht. Ich würde das Ding hier nehmen. Komme ich hier eigentlich hoch? Kann man hier? Ja. Mit der Skyrim. Ich glitche mich den Berg hoch. Taktik. Ja, fast. Naja, nee. Nicht wirklich. Hier jetzt. Genau. Kauch. Was? Genau. Ich brauche noch ein paar Kokosnüssen. Aber mit Kokosnüssen können wir nämlich dann Cocktails machen noch. Tatsächlich. Und dann kriegen wir außerdem auch noch ein paar Planken und so. Müssen uns jetzt mal richtig ausrüsten hier mit Zeug. Tut mir leid, wenn es jetzt mal ein bisschen dunkler wird wieder. Es ist gerade Nacht. Nachts ist es halt dunkel, ne? Was ist das für ein Haus? Das ist ein Händler. Die sind neu seit dem neuen Update. Ich habe aber leider noch keine von diesen Handelsmünzen. Ich glaube, das funktioniert so, dass ich angeln muss. Und dann kann ich hier verkaufen diese Fische, die ich mir dann angeln kann hier. Und je nachdem, welche das sind, kriege ich halt Münzen dafür. Und dann kann ich mir für die Münzen hier Dinge kaufen. Müllwürfel, genau. Müllwürfel weiß ich auch gar nicht genau, wie ich die herstelle. Kann ich Müllwürfel herstellen? Ehrlicherweise habe ich keine Ahnung. Vielleicht brauche ich da diesen Recycler für. Müssen wir mal gucken. Ich weiß das alles nicht. Ich bin mit dem Kopf auch gerade immer noch so ein bisschen mehr beim Bossfight irgendwie. Und dabei ihn zu beherwältigen. Guck mal, da ist auch mal wieder diese Alge. Das ist gut. Denn die brauchen wir für dieses geile Gericht. Was ist das hier? Lehm? Stein. Na gut. Hier ist nochmal Seetang. Und hier ist nochmal Lehm. Und da ist nochmal Schrott. Ich nehme mal mit Sicherheit. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben ein bisschen wenig davon. Ich nehme mal ein bisschen was mit. Ich glaube, ich muss hier auch ein bisschen aufpassen wegen dem Kugelfisch. Hier könnte noch einer in der Nähe sein irgendwo. So, schnappt ihr mal hier. Das ist so wichtig, dieses Zeug. Das ist so wichtig. Wir brauchen diese verdammten Flossen einfach. Das ist so mega wichtig einfach. Von vorne bis hinten ist das wichtig. Es gibt quasi fast nichts Wichtigeres momentan für mich. Außer wie gesagt Lehm. Lehm und Seetang. Wichtigste Ressourcen. Atmen. So, jetzt Achtung. Ist hier noch ein Kugelfisch zufällig? Das sieht so aus wie so ein Kugelfischgebiet hier irgendwie. Na, ich sehe gerade keinen. Ich nehme mir jetzt hier noch ein bisschen Lehm mit. Oh doch, ich glaube, er ist hinter mir, oder? Habe ich da nicht... War ich da? Ah ja. Alter Schwede, ich habe so ein Schwein gehabt. Ich habe den Schatten gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe den Schatten gesehen. Himmel. Alter Schwede. Okay, warte, den machen wir noch platt. Dann kriegen wir dieses Explosivzeug. Und den Kopf kriegen wir auch. Da können wir Kopfsuppe draus machen. Ach shit, was war das denn? Ah, warte. Ah. Ja, du, geh mal unter Wasser. Ich sehe da so eine... Ist er tot? Jawohl. Wie er sich immer so aufbläht. Herrlich. So, schön. Haben wir wieder einen Kugelfischkopf. Den können wir dann nämlich auch wieder schön zerlegen. Also, was heißt zerlegen? Der ist ja schon zerlegt. Aber da können wir dann wieder schön Kopfsuppe machen. Und Kopfsuppe ist ein ganz guter Boost. Dann können wir vor dem Bossfight noch reinknallen in den Kopf. Und dann kriegen wir da schön Nahrungsboost. Nicht wahr? Müssen wir uns um Nahrung erstmal keine Gedanken machen und so. Schnappt ihr mal hier alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Geh mal hoch. Atmen, atmen, atmen. Sehr gut. Nice. Geatmet. Einmal schön vollgeatmet. Einmal richtig Luft holen und dann läuft das. Hier ist noch Seetang. Auch ganz wichtig. Wir können nicht genug Seetang haben. Aber hier ist auch echt... Also, die Insel ist echt ergiebig, was Seetang angeht. Das muss man jetzt auch einfach mal sagen. Für die Suppe brauchst du zwei Köpfe. Genau. Ich habe ja schon einen Kugelfisch offscreen getötet. Hier war schon einer auf der anderen Seite. Da ist nochmal diese geile... Oh, da ist noch einer. Loy. Wo wir gerade davon sprechen. Krass, die sind echt viele, ey. Sterb. Du hässliches Vieh. Nice. Und jetzt holen wir uns noch diese Pflanze da unten. Diese blaue Alge, die ist auch richtig wichtig. Tod? Ne, noch nicht, oder? Doch. Er ist tot, Jim. Sehr gut. Hier ist nochmal Schrot. Ne Kiste. Oh ja, hier ist so viel Zeug, Alter. Es ist so geil, ey. Diese Insel ist die beste, ey. Ohne Witz. Oh, nochmal. Guck mal hier, was hier alles noch ist, ey. Das ist ein ganzer Jahresvorrat an Seetang. Aber das ist ganz schön weit unten. Da muss ich ganz schön aufpassen. Das ist ja, da kannst du ja fünfmal den Bossfight machen mit dem Seetang, der hier ist. Das war mal richtig, richtig ergiebig, wenn ich das mal sage. Das hat sich richtig gelohnt. Also ja, wenn ihr Bossfight-Probleme habt, ich glaube, die Lösung liegt wirklich darin, die Flossen zu machen. Flossen und Atemgerät. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn ihr habt, als Bonus-Zusatz noch, wenn ihr noch machen könnt, zusätzlich die Schutzausrüstung. Hier die Klamotten. Schutzklamotten. Lederzeug. So, hier haben wir nochmal Mango. Nice. Ich esse mal nochmal den Detailstück hier. So, und dann nochmal was trinken. Soll ich mich nochmal um die Schweine kümmern, ist jetzt die Frage. Warte mal. Ich hab ein bisschen Angst. Die Schweine waren immer... Also, wir hatten schon mal auf genau so einer Insel, die genau so geschnitten war wie diese hier, einen Kampf gegen ein Schwein gehabt, das mich dann getötet hat. Albert Einschwein hat mich dann getötet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Sachen, die da hinten noch sind, so lohnenswert sind, dass wir dieses Risiko jetzt auf uns nehmen sollten. Ehrlich gesagt, glaube ich das nicht. Kann mir nicht vorstellen, dass da hinten wertvolle Sachen sind, die dieses Risiko jetzt... Vor allem, da ich jetzt vor allem den Bossfight eigentlich anvisieren möchte. Deswegen würde ich das jetzt vielleicht eher nicht machen. Lassen wir das lieber. Da hatte das Schwein Schwein gehabt. Ja, aber richtig. Aber warte mal, halt, hier sind noch Erddinger. Da kriegen wir, glaube ich, noch Nägel und sowas. Oder Schmutz. Schmutz kriegen wir auch, genau. Hier ist noch Schmutz. Schmutz, da können wir noch mehr... Zeug machen hier. Wie heißt's? Landwirtschaft. Standwirtlaft können wir da noch mehr machen. Brauchst du denn noch Leder von den Schweinen? Äh... Ja, eigentlich schon. Wenn wir noch... Wenn wir eine komplette Lederrüstung machen wollen, bräuchten wir noch das Leder von denen. Das stimmt natürlich, ja. Warte mal, hier ist noch eine Kokospalme. Nehmen wir die auch noch mit. Jetzt muss ich erstmal mein Zeug weglegen. Dann müssen wir vielleicht nochmal den Hai töten, weil ohne Essen da rüber gehen ist vielleicht jetzt nicht so schlau. Und, äh... Ja, dann können wir ja mal gucken, ob wir das dann mal machen noch. Ist hier eigentlich das Zeug nachgewachsen? Ne. Warte mal, gib mir mal meinen Speer. Einen Speer brauch ich auch. Alter, was machst du? Wo ist der Hai? Da Hai der 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 Hai der. Da ist der Hai der. Hai der. Wow. Juhu! Ahaha! Yippie! Nice! Okay, warte, 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 warte. Wo hab ich meine ganze Erde eigentlich reingepackt? Irgendwo war... Hier war die Erde, genau. Warte, wo ich jetzt die Erde hier... Erde, Palmenblätter... Oh Gott! Dann hatten wir Schrott, Steine, Steineschrott, hier, da, so. Schrott ist da, genau. Dann haben wir hier noch Lehm, genau. Den packen wir auch mal noch hier rein. Vor allem in Samen haben wir hier. Mengelsamen, hier Zutaten haben wir auch. Köpfe, warte mal, die Köpfe können wir eigentlich auch gleich mit hier rein machen. Was soll denn da jetzt? Warte, dann haben wir sie alle beisammen. Hier, Köpfe ist ja auch Zutat, genau. Dann, was braucht man noch? Guck mal jetzt, oh, haben wir jetzt viel von diesem Zeug, ey. Wir haben so viel Zeug. Wir haben so mega viel Zeug. Okay, warte, ich muss jetzt die Ausrüstung mal machen. Flossen, guck mal, wenn wir uns noch Seile machen jetzt, dann können wir so viele Flossen machen, bis die Schwarte knackt, ey. Hier, heb mir mal die ganzen... Nein! Nicht wegschmeißen! Nice, guckt euch das an. So, und jetzt? Flossen machen, Flossen machen. Zweimal Flossen habe ich jetzt. Geil, geil, geil. Ne, dreimal habe ich. Ich habe ja sogar schon mal einmal gemacht. Guckt mal. Guckt euch doch an, wie krass das einfach ist. Wie mega das ist. Wie absolut genial das ist. Es ist so toll. Wir haben so viel Flossen. Wir können jetzt dreimal den Bossfight machen. Wir haben drei Flossen, aber wir sollten auf jeden Fall auch noch die Tauchflaschen machen, definitiv. Warte mal, kann ich die auch zufällig gleich machen? Okay, da brauche ich leere Flaschen. Da brauche ich mehr Kunststoff noch für die Dinger. Aber den kriegen wir ja, wenn wir ein bisschen rumschippern. Da kriegen wir ja Kunststoff. Hier ist noch was. Ich sammle mal den ganzen Kunststoff aus allen Dingern jetzt mal raus. Hier. Viel ist nicht mehr da. Da war noch Leder. Warte mal, ich muss mal das Leder zusammenstecken, dass ich das mal... Alter, hier ist noch... Ne, guck mal, wir brauchen kein Leder mehr. Definitiv nicht. Wir haben so viel Leder. Wir brauchen wirklich nur das Lama-Fell eigentlich. Okay, wir haben aber keinen Kunststoff mehr. Warte, ist hier noch was zufällig gerade? Was ist das? Da klebt irgendwas. Na, keine Ahnung. Na, sonst müssen wir noch mal schnell unter Wasser noch mal gucken. Ich muss den Hai ja eh noch mal bekämpfen. Dann gucken wir jetzt schnell noch mal unter Wasser und sammeln da auch noch mal ein bisschen Kunststoff einfach. Honig ist noch... Nein. Honig ist noch mal fertig. Und jetzt guck ich noch mal schnell, kann ich das Lama noch mal scheren? Kann ich... Oh ja, sehr gut. Warte. Nice. Guckt euch das doch an. Ist hier die Batterie noch voll? Ne, warte mal, die ist rot. Warte mal, die müssen wir mal austauschen. Durch eine neue. Nicht, dass hier das Lama kein Wasser mehr kriegt. Das wäre schlecht. Hier mal... Steck das mal da rein und dann nimm mal die frische Batterie und steck die mal wieder oben rein. Damit das immer schön bewässert wird hier alles. Oh, die Palme ist schon gewachsen. Das ging schnell. So, Hai. Du wirst jetzt gleich platt gemacht. Kannst dich schon mal vorbereiten, seelisch und moralisch. Auf dein Ende. Im Gelände. Warte, ich muss kurz über... Ich glaube, ich brauche noch mal einen Speer, oder? Haben wir noch einen Speer zufällig? Einen angefrackten irgendwo? Weiß ich nicht. Gucken wir mal. Ne. Dann gib mir mal hier... Hier ist auch keiner mehr. Okay, warte, dann muss ich noch einen machen. Spöb-b-b-b-b-bär, Spöb-b-b-b-b-bär, Spöb-b-b-bär. Da ist der Speermetall. Einen Barren. Da ist ein... Ne, zwei Barren waren es genau. Nee, genau, wir können einen machen. Alles gut? Genau, neuer Speer, neues Glück. Hier ist noch was zu essen. Nice. Gleich mal reindrücken. Noch mal trinken und noch mal auffüllen. Aber genau, so. Dann, los geht's. Hai töten, wir brauchen Fleisch. Da ist er. Ja, und immer schön hinterher, immer schön nochmal reinpiksen, genau. Je mehr wir nochmal nachpiksen können, desto besser ist es. Vielleicht für die Schweine Metall. Wir brauchen die Schweine nicht. Hast du gesehen, wie viel Leder ich in meiner Tasche da, in meinem Dingern da habe? Ich hab jetzt über 40 Leder, ey. Also, ich mach das jetzt nicht mit den mit den Schweinen. Das würde jetzt auch zu lange dauern, glaube ich. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt auch langsam wieder zum Boss zurück, weil ich will den jetzt endlich knacken, den Boss, ja. Ich hab Bock auf Boss. Ich mach jetzt gleich mal Haihappen. Was war'n dat, ha? Gut. Ich mach jetzt Haihappen gleich direkt, komm. Was brauchen wir da nochmal? Zweimal Hai und einmal Happen. So, hier. Dann einmal dahin und was noch? Ein Pilz, genau. Jetzt, wo wir auch wieder Pilze haben. Hoffentlich hab ich jetzt richtig gemacht. Hoffentlich hat mich jetzt verguckt oder so. Mir ist es immer zuzutrauen, dass ich mich auch mal vergucke. Die roten Beeren haben wir jetzt ja auch. Da könnte man theoretisch auch wieder das Steak machen. Aber vielleicht, ne, Fleisch haben wir keins mehr, genau. Aber Cocktails können wir jetzt wieder machen. So wie, das ist jetzt wieder falsch. Die Kopfsuppe ist mir beim letzten Mal schon das Glück. Hab ich mich schon jenschen geärgert. Die Gemüsesuppe ist am billigsten, braucht pro Suppe nur zweimal rote Rübe und zweimal Kartoffeln, genau. Aber ich will auch mal was extravagantes zu mir nehmen. Blaste, Blaste, Blaste. Wir befreien das Meer von Blaste. Guck mal, da sind wir schon nützlicher als 90% von den Leuten, die sich nur auf die Straße kleben. Wir greifen tatsächlich ins Meer rein und holen den Mist einfach raus. Yes, lecker Kopfsuppe. Geil. Guckt euch das an. Und ich fress mir jetzt schon mal so einen kleinen Dings an, so einen kleinen Ranzen. Ich mach jetzt noch einmal Haihappen. Gib mir das. Und dann noch einen Pilz, genau. Pilz und diese komische Pflanze. Ist doch richtig, oder? Ja. Einmal, genau. Ist alles vollkommen korrekt. Ich fress mir jetzt schon so einen kleinen Stash an, dass ich dann, wenn ich beim Boss bin, vielleicht schon eine vollkommen komplett aufgefüllte Leiste hab. Und dann nehmen wir noch als Reserve noch irgendwie was mit vielleicht und dann passt das schon. Ach ja, genau. Ich wollte ja noch eine... Genau, jetzt weiß ich es wieder. Ich wollte noch eine leere Flasche machen. Ähm... Ne, wo ist denn eine leere Flasche? Hier ist eine leere Flasche, genau. Ach hier, das komische Zeug brauchen wir da dafür. Okay, warte. Dann lass davon gleich nochmal was brutzeln. Ganz wichtig. Und dann nimm mal hier das alles mal raus. Oder stell einfach so eine Flasche erst mal her. Genau. Schon da würden so... Jetzt können wir noch einmal eine Tauchflasche machen, oder? Ne, können wir nicht. Fehlt uns Kunststoff. Und noch mehr von diesem Glibberzeug. Alles klar. Also, Kunststoff noch sammeln. Sind wir noch nicht durch. Jawohl. Hier ist noch was. Sehr gut. Können wir jetzt was machen? Nein, Glibber fehlt noch. Das wird aber gleich fertig. Da ist der Hai. Ja, krass. Aber da sind wir doch gut auf Kurs eigentlich. Gib mir mal meinen Haken noch. Da hinten kommen, glaube ich, gerade Kisten und Fässer und so. Da könnte noch ganz schön viel Zeug drin sein. Vielleicht... Ah, ich brauche da, glaube ich, gar keinen Haken. Ich glaube, das kann ich einfach so nehmen. Nicht schlecht. Das müsste hier sogar hängenbleiben. Jawohl. Und das kann ich, glaube ich, einfach so mir schnappen. Yes. Jawohl. Hast du rein, ne? Und der Glibber ist fertig. Einmal Tauchflasche. Schon da wöhnen. Ja, und jetzt brauchen wir halt ganz viel von diesem Glibberzeug noch. Gucken, wie viel wir davon noch jetzt fertig kriegen. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir anderthalb Tauchflaschen und drei Flossen. Das ist doch schon mal gut. Und ein Geschenk habe ich sogar auch bekommen, siehst du? Vielleicht kann ich mal aufessen. Nom, nom, nom. Was ist das? Offenes Buch. Ihr lest mich mir ein offenes Buch. Nochmal Plaste. Nice. Das läuft doch. Wie weit sind wir noch weg? Tausend Meter noch. Fahren wir überhaupt? Ich habe immer das Gefühl, wir bewegen uns gar nicht. Sonne geht auf. Nice. Ich glaube, ich pflanze mal noch ein bisschen Gemüse an, während wir hier tingeltangeln. Gib mir mal hier noch, äh, für das Essen noch die Schale. Jawohl. Und rein in den Kopf mit dem Haihappen. Sehr gut. Pflanze mal noch mal schnell Gemüse. Ich bin jetzt ja gerade auf dem Schiff, da können wir das mal machen. Einmal das und einmal das und dann bewässern. So, und am besten noch so eine Vogelscheuche bauen, ne? Könnte ich noch? Nagel. Okay, warte, ich brauche Nagel. Hier ist Nagel, genau. Schogelfeuche, eine Schogelfeuche. Mach mal da die Schogelfeuche hin, genau. Plaste, Plaste, Plaste. Fass, fass, fass. Yes. Nice. Wunderbar. Da ist eine Kiste. Die holen wir uns noch. Die holen wir uns noch. Das ist halt hier Classic Raft. Unglaublich. Einfach mal mit dem Haken einfach sich was angeln. No. Jawoll. Geil. So muss das sein. Warte, saugt mal hier noch sich voll. So, meine Lebensleiste, also meine Hungerleiste ist voll, meine Durstleiste könnte ich auch noch auffüllen, wenn ich noch Cocktails mache. Wunderbar, aber das sieht eigentlich ganz gut aus jetzt so insgesamt. Wir sind sehr, sehr gut vorbereitet, wenn ich das mal sagen darf. Hier oben bei den Tieren sieht es, ah, ich kann das Lama noch mal scheren. Genau, wir können noch mal schnell, Ausrüstung machen gleich. Jetzt habe ich ja viermal Wolle, oder? Ich habe viermal Wolle. Wolle, Wolle, manche Strecke. So, dann haben wir hier 20 Einheiten Leder. Komm, jetzt machen wir mal hier Klamotten noch. Ich mache mir mal gleich den Brustpanzer, guck mal. Den trage ich jetzt aber noch nicht, weil ich glaube, da nutzt der sich ab. Den schieben wir erst mal auch hier in die Ausrüstungskiste rein. Wunderbar, guckt euch das doch an, wie geil das ist einfach. So, hier haben wir wieder Schlotter, Sabber im Hut und dann pack das mal da rein noch und mach nochmal Planken hin und dann schieb den wieder hier rein und den schiebst auch hier rein. Genau, wunderbar, wunderbar, my dear friends. So läuft das. Seile nochmal machen. Alter, dieses geknarrt im Hintergrund, wenn man schnell gecraftet. So, wunderbar, genau, das läuft jetzt hier. Haben wir nochmal Honig? Jawohl, Honig haben wir auch nochmal. Hier ist nochmal, nein, hier ist nochmal Plaste drin. Geil. Dann können wir jetzt ja auch nochmal Heilkram machen. Wir haben auch zu viel Leben bekommen. Hier, warte mal, da können wir die Salbe machen noch. Hier mit den 5 Lehmklumpen mache ich jetzt mal die Salbe noch. Heilung. Genau. Nice. Zweimal Heilung noch. Den nehmen wir auch mit zum Boss. Ich glaube, die heilt mich zur Hälfte voll, tatsächlich. Diese Salbe hier. Nicht schlecht. Dann sind wir jetzt, also ich würde mal behaupten, wir müssten es jetzt eigentlich schaffen, den Boss zu besiegen. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann weiß ich es auch nicht. Dann heiße ich Otto. Oder so. Ja, achso, apropos, warte mal, kann ich dich benennen? Eigentlich? Kann man den irgendwie, wie ging das nochmal? Ich weiß es nicht, man muss ja aufheben und dann benennen, ne? Eine Buddel voll rum, genau. Ich soll ein Sex on the Beach machen. Oh, wir sind gleich wieder am, am Dings, 500 Meter noch. So, mal gucken, wo es auftaucht, gleich am Horizont. Aufheben und benennen, okay. Feels amazing, man, genau. Ja, schon fertig, schon fertig? Ne, noch nicht. Geilomad, meine lieben Freunde, hat der, hä, hat die Möwe schon wieder einen, einen Arm hier rausgerissen? Hat die Vogelscheuche nicht zwei Arme normalerweise? War ich gerade nicht aufgepasst wieder, siehste? War ich wieder so AFK, Brain AFK? Ah, da hinten ist der Turm. Okay, warte, ich versuche da gleich mal, warum kann ich jetzt nicht mehr hoch? Jetzt. Ich versuche gleich mal noch ein bisschen so rüber zu steuern. Wir können ja das Raft jetzt genau über dem Boss platzieren eigentlich, dann kann ich direkt runter tauchen, dann geht es ein bisschen schneller, muss ich nicht so außen rum. Jetzt weiß ich ja, wo ich hin muss. Huch, was war das? Das hat gerade irgendwie geplöpst. Nice, meine lieben Freunde. Warte mal, ich muss noch mal irgendwie schauen, dass ich noch mal Honig herstelle. Honigwabe und Glas, oder brauchen wir noch mehr Honigwaben? Ich glaube, wir müssen auch mal wieder neue Biomasse noch mal machen. Oh ja, ist definitiv wichtig, dass wir das mal demnächst wieder machen, damit wir auch wieder neue Biomasse kriegen. Ich glaube, ich brauche mehr Bienen. Die machen zu langsam Honig. Brauchen zu lange die Bienen. Die brauchen ganz eindeutig, nicht zu lange. Nie mehr, nein, mehr Blumen. Ich soll mehr Blumen machen. Warte, muss ich mal gucken, wie viel sind denn da? Drei Stück. Soll ich noch mal welche? Oh, hier ist ja noch Zeug. Alter, zehn Gegenstände. Soll ich noch mehr Blumen dahin pflanzen? Hat er den Bosshai noch immer nicht gelegt? Nee, ich bereite mich doch drauf vor jetzt. Ich habe mich da jetzt drauf vorbereitet. Ist doch alles okay. Das ist ja der Plan gewesen eigentlich, dass wir uns da ordentlich drauf vorbereiten. Und jetzt habe ich mich ordentlich drauf vorbereitet. Und jetzt kann ich ihn, jetzt kann ich ihn legen. jetzt habe ich die Möglichkeiten. Jetzt habe ich alle Möglichkeiten offen. Oh, warte mal, wir fahren ein bisschen gegen die Wand gerade. Gut, gerne da so in die Mitte würde ich gerne fahren einfach. Hänge ich gerade irgendwie fest? Manchmal kommt es mir vor, als wenn man irgendwie mitten im Ozean festdenkt einfach. Ein Stock kann maximal bis zu drei Waben produzieren. Werden die dann auch gestackt, die Waben? Also, also, maximal, dass ich drei in einem Rutsch ernten kann quasi. Okay, also die stacken dann auf drei und wenn die dritte dann drin ist, dann geht nicht mehr quasi. Alles klar. Nice, meine lieben Freunde, jetzt geht's dem Boss an den Kragen. Ich sag's euch. Der kriegt jetzt auf die zwölf. Dafür brauchst du mehr Blumen. Okay, da guckt man dann gleich mal, wie wir das machen mit den Blumen. Das machen wir gleich. Jetzt machen wir den Boss, jetzt klatscht man weg. Jetzt ist es soweit. Jetzt hat er sein Leben verspielt. Oh, ich kann das Lama noch mal scheren. Machen wir das gleich mal. Jawohl, so. Und dann packen wir mal die Wolle da rein, wo auch das Zeug hier ist, genau. Und dann mal den Rest auch mal weg noch hier, den wir hier noch haben. Schale. Okay, Schale lasse ich mal noch kurz drin, weil wir brauchen gleich noch mal das Schalenzeugs. Steine. Steine sind hier. Wir müssen gleich noch mal was kochen. Oh. Ah. Äh. Ah. Ausweichen. Nicht gegen die Wand fahren. Das war leicht knapp. Wenn ich das mal sagen darf. Wir brauchen noch ein bisschen Wasser. Wir brauchen noch ein bisschen Essen. Und dann kann es eigentlich losgehen. Dann haben wir es. Dann können wir den Boss legen jetzt. Wahnsinn. Und an der Stelle endet diese Folge Raft. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die BR-Nachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Raft, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und ihr könnt auch gerne mit meinem Creator-Tag Spielbär mit A.E. im Epic Store Spiele kaufen. Für euch wird es dann nicht teurer. Und damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht habt. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.